Trump ist ein Idiot. Aber seit gestern ist dieser Idiot der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Und was hat er nicht alles gefordert? Eine Mauer nach Mexiko zu bauen, die Muslime nicht mehr in die USA einreisen zu lassen. Er hat gesagt, der Klimawandel wäre nicht mehr relevant und eine Verschwörung, eine Lüge. Er hat heute sogar das Wort Klimawandel von der Website des Weißen Hauses runtergenommen. Was hat das allerdings mit den deutschen Clickbait-Medien zu tun? Naja, wir alle kennen Donald Trump. Er ist populär und radikal. Seine Aussagen postet er dann auf Twitter oder Facebook. Je radikaler, je populärer, je einfacher, desto besser. So weit, so gut. Auch die ganzen Fake-News haben große Wellen geschlagen und es wurde sich immer wieder gefragt, inwiefern die die Wahl denn beeinflusst haben. Worum es heute aber geht, sind die Medien hier in Deutschland. Denn von YouTube kennen wir das leider schon. Es gibt Titten auf dem Thumbnail, es gibt Videotitel, die mit dem Video überhaupt nichts zu tun haben. Und YouTuber, die die größten Gewinnspiele der Welt veranstalten. Denn letzten Endes verlosen sie dann irgendwie eine PS4 oder von mir aus auch zwei iPhone 7. Was ich allerdings mit sehr großen Bestürzen und auch Angst sehe, ist die Entwicklung des Journalismus in Deutschland. Denn wenn Trump eine populäre Rede hält und fordert, dass wir alle eine Mauer bauen gegen die bösen Mexikaner oder dass keine Muslime mehr in die USA kommen, dann ist das die eine Sache. Wenn sich aber heute alle deutschen Medien das Maul darüber zerreißen, was Trump denn machen könnte und ob Trump jetzt mit Russland zusammenarbeitet und ob sie wirklich eine Mauer bauen und wie er das überhaupt schaffen will und Stunden damit zubringt, nur über diese Sache zu berichten, dann ist das eine ganz andere Sache. Denn meiner Meinung nach ist das alles komplett sinnlos. Genauso sinnlos, wie die Artikel 48 Stunden vor der Apple Keynote damals beim iPhone 7 waren. Denn was bringt es mir, über technische Daten zu fachsimpeln und Fakten anzunehmen, die überhaupt nicht bestätigt sind, dessen Auflösung ich aber in 48 Stunden kenne. Was bringt es mir, jetzt zu überlegen, ob Trump wirklich eine Mauer baut, ob er Obamacare wirklich abschafft, was er wahrscheinlich leider tun wird, was nebenbei bemerkt, das dümmste ist, was er überhaupt tun kann. Aber okay, was bringt mir das? Diese ganzen Hypothesen, die aufgestellt werden, nicht nur zu Trump, sondern im Allgemeinen, die werden alle nur dazu genutzt, um Clickbait-Titel zu erschaffen. Zwar nicht hier auf YouTube, es gibt keinen Thumbnail mit tollen Titten oder sowas, aber es verkauft sich doch schon deutlich besser, wenn auf der Zeitung steht, Trump baut Mauer oder dürfen Muslime nicht mehr einreisen, als wenn ich schreibe, Trumps Forderung 2017. Das ist ein Prozess, der schon seit Jahren stattfindet, denn die Printmedien verlaufen in etwa so. Sie gehen praktisch unter, man verkauft einfach nichts mehr, die meisten Leute lesen im Internet oder YouTube ist Bezugsquelle Nummer 1, was Informationen angeht. Das heißt, auch die Medien brauchen Klicks, brauchen Aufmerksamkeit und das ist etwas, was ich verstehen kann, aber trotzdem finde ich es unverantwortlich, wenn solche Medien sich einfach Stunden, bevor etwas passiert, bevor die Wahrheit rauskommt, weil die Zeit nun mal weiter schreitet, tausende Hypothesen aufstellen und damit alle Leute verrückt machen. Das ist in meinen Augen nichts anderes, als eine öffentlichkeitswirksame Panikmache, die dazu benutzt wird, um die Auflage und die Verkaufszahlen zu erhöhen. Und deswegen fordere ich euch auf, das nächste Mal, wenn ihr eine Zeitung lest oder auch ein Artikel im Internet, was denke ich viel häufiger vorkommen wird, als dass ihr wirklich eine Zeitung in der Hand habt, dann denkt mal darüber nach, ist diese Seite jetzt wirklich vertrauenswürdig? Selbst wenn auf dieser Seite irgendwie der Name einer großen Zeitung steht, ist das jetzt wirklich gerade relevant? Muss ich dieses Gerücht gerade lesen? Muss ich glauben, was mir der Journalist versucht mitzuteilen, obwohl ich in 24 Stunden selber weiß, was passiert? Muss ich jetzt darüber nachdenken, was das ganze Jahr 2017 passieren wird, ob Trump eine Mauer bauen wird? Ist es nicht sinnvoller, darüber nachzudenken, was ich tun soll, wenn es passiert und was ich dagegen tun kann? Anstatt sich die ganze Zeit darüber aufzuregen, dass es passieren könnte? Das ist ein Gedanke, den ich euch heute mitteilen wollte und mit dem ich dieses Video beenden will. Denn wie gesagt, ich finde es immer total sinnlos, sich vorher über irgendwelche Dinge tierisch Gedanken zu machen und stundenlang aufzuregen und stundenlang Artikel zu verfassen und zu lesen, wenn ich auch einfach warten kann, was passiert und dann in aller Ruhe reagieren kann. Also, lasst euch von den Medien nicht zu viel Panik machen, Trump ist Präsident, aber was bringt es uns jetzt einfach, panisch im Kreis zu laufen? Warten wir einfach ab und gucken, was passiert. Er ist ja zum Glück nicht der Einzige in Amerika, der irgendwas zu sagen hat, auch wenn er an der Spitze steht und meiner Meinung nach ziemlich dumm ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, abonniert mich auf YouTube, folgt mir auf Twitter und auf Instagram, wenn ihr Bock habt, sonst schreibt mir einen Kommentar, was ich noch verbessern kann. Sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag, macht es gut, ciao! Bis zum nächsten Mal!